Kapitel 28 Enttäuscht betrat Harry die Küche, wo er am langen Tisch bereits Elissa vorfand. Diese hat ihren Kopf auf den Händen abgestützt, während sie in ihre Tasse starrte. Dass sie ihn bemerkt hatte, glaubte Harry nicht, sodass er sich einfach zu ihr setzte und sie von der Seite musterte. Er erinnerte sich noch gut an den letzten Abend, als er das Gespräch zwischen ihr und Blaze mitbekommen hatte. Hast du ihn nie kennengelernt? fragte Harry leise und schreckte die junge Frau neben sich aus ihrem Gedanken tief. Verwirrt sah sie zu ihrem Freund rüber, ehe sie zaghaft den Kopf schüttelte. Nie. Möchtest du erzählen? bot Harry behutsam an und legte eine seine Hände auf ihre, was sie traurig lächeln ließ. Ich bin dein bester Freund. Du kannst mit mir reden. Das weißt du. Fügte Harry hinzu und umschloss ihre schlanken Finger mit den seinen. Ich weiß, es ist nur so schwer. Das sind belastende Dinge oft. Stimmte Harry ihr zu und wusste, dass sie auch seine belastende Vergangenheit kannte. Er konnte es ihr in gewisser Hinsicht nachempfinden. Ich wusste zu meinem elften Lebensjahr nicht mal, dass ich einen Vater habe. Natürlich, jeder Mensch hat einen. Aber ich kannte ihn nicht, wusste nichts von ihm. Er unterstützte mich und meine Mutter, indem er uns Gold überwies. Aber das war's auch schon. Mutter sagte immer, dass er mich lieben würde, auch wenn er eine andere Familie habe. Und trotzdem hat er sich nicht einmal mit mir getroffen. Meine Briefe gingen ins Leere. Dann kam mein erstes Schuljahr in Hogwarts. Und als ich heimkam, war Mutter tot. Ich wusste nicht wohin, aber die Zabinis nahmen mich auf und adoptierten mich schlussendlich. Das Traurige an der ganzen Sache war, ich habe meinen Vater trotzdem nie kennengelernt. Meine Stiefmutter war eine sehr freundliche Frau und ich mochte sie. Aber mein Vater, der hat sich nicht einmal gezeigt, erzählte Elissa, während sie ihren Kopf gesenkt hielt. Harry hielt die ganze Zeit aufmunternd ihre Hand und hörte aufmerksam zu. Als erst Blaze und dann ich die Schule beendeten, schlugen wir jeder den Weg ein, dem wir auch jetzt noch folgen. Wir schlossen uns Tom an. Da Vater mich nicht sehen wollte, entschied ich mich, mit 17 auszuziehen. Ich hörte davon, dass man kurz darauf einen Anschlag auf das Haus der Zabinis verübte. Meine Stiefmutter kam dabei ums Leben. Da ich selber zu der Zeit krank war, konnte ich an der Beerdigung nicht teilnehmen, besuchte aber regelmäßig ihr Grab und das meiner Mutter. Vater traf ich dort nie. Ich kenne den Mann überhaupt nicht und Gemälde sind da kein passender Ersatz. Er wollte mich wohl nicht, auch wenn er der Adoption zustimmte, sprach Elissa weiter und erwiderte Harrys Händedruck. Harry dagegen kniff die Lippen zusammen. Das klang wirklich nicht schön. Er hatte seine Eltern auch nie kennengelernt, bis jetzt eben. Aber bei ihm war es nicht deswegen, weil sie ihn nicht sehen wollten. Wie musste sich Elissa die ganze Zeit gefühlt haben? Ein Vater, der einen nicht wollte. Das stimmt nicht. Vernahm sie urplötzlich eine Stimme hinter sich, worauf Harry und Elissa erschrocken auf ihren Stühlen herumfuhren und mit großen Augen zu den beiden Männern in der Tür sahen. Ich habe dich nie nicht gewollt. Ich konnte dir nur nie in die Augen sehen, nachdem ich dich elf Jahre lang mit deiner Mutter allein gelassen hatte und nach dem Anschlag. Ich dachte, du seist tot. Gestorben wie meine Frau, deine Stiefmutter. Sprach Devin Sibini mit gebrochen klingender Stimme, während Blaze, der daneben stand, alles ganz genau im Auge behielt. Elissa drückte Harrys Hand fester, worauf dieser kurz die Lippen verzog, aber nichts dagegen sagte. Du bist es wirklich, oder? Elissa? Raunte Devin und griff in seine Brusttasche, wo er ein kleines Etui hervorholte und aufklappte. Damit kam er näher heran und hielt es in die Mitte, sodass auch Harry es sehen konnte. Es waren zwei Bilder in dem Etui. Eines von Blaze mit einer Frau, die wohl dessen Mutter sein musste. Zumindest sahen sie sich unheimlich ähnlich. Auf dem zweiten erkannte Harry eine sehr junge Elissa mit einer anderen Frau. War das ihre Mutter? Elissa, haunte Devin, und ehe sie sich versah, hatte er sie einfach in seine Arme gezogen und sein Gesicht in ihre Haare vergraben. Harry hatte dabei Elissas Hand verloren, blieb aber, wo er war. Warum? Warum in all den Jahren? Nicht einmal durfte ich dich sehen, schluchzte Elissa leise und krallte sich in das Hemd von Devin. Es tut mir leid. Es tut mir so wahnsinnig leid. Vernahm Harry immer wieder das Murmeln von Devin, der seine Tochter nicht eine Sekunde losließ. Da sich Elissa nicht zu wehren schien, trat Harry leise zu Blaze rüber. Warum hast du nie versucht, die beiden zusammenzuführen? Fragte Harry leise. Man sah schließlich deutlich, dass die zwei sicher nicht abgeneigt gewesen wären. Ich habe es versucht. Während der Schulzeit hat er immer wieder abgelehnt, sich mit ihr zu treffen, und nach dem Anschlag wollte er ihren Namen gar nicht mehr hören, weil er so in Trauer war. Er dachte schließlich, sie sei tot. Aber auch nur, weil er sich mit ihr nie beschäftigt hatte, denn sonst hätte er gewusst, dass Elissa ausgezogen war und den gleichen Weg einschlug, wie ich es tat. Manchmal apparierte er sogar davon, wenn ich das Thema auf Elissa bringen wollte. Es gab leider keine Möglichkeit. Erklärte Blaze leise und sehr bedauernd. Ich bin froh, dass sie sich jetzt endlich getroffen haben, auch wenn wir noch viel zu klären und zu bereinigen haben. Ihr schafft das. Wenn nicht jetzt, wann dann? Nutzt die Zeit, meinte Harry sanft und verließ leise, um nicht zu stören, die Küche, nur um durch das Haus zu schleichen. Noch schien alle zu schlafen und sich zu kurieren, da wollte er nicht stören. Bald allerdings betrat er einen dunkleren Teil des Hauses. Offensichtlich ging es hier zum Keller oder zur Vorratskammer. Zumindest betrat er bald einen Raum, in dem drei Gestalten herumwuselten. Nala, Taya? Und du warst doch Creature, oder? Entkam es Harry überrascht, worauf die Hauselfen sofort innehielten. Offensichtlich kümmerten sie sich gerade um das Frühstück, wobei Creature nur leise schimpfend in einer Ecke stand und die anderen Hauselfen böse beobachtete. »Sir, welche Ehre, wie können wir euch helfen?« piepste eine der Elfen sofort. Harry aber entdeckte in dem Moment ein Lager, weiter abseits des Trubels, wo eine weitere Hauselfe lag. »Blinky«, murmelte Harry und kam zu der verletzten Elf rüber. Sie war eindeutig gut versorgt, schwitzt aber trotzdem stark. »Wie geht es ihr?« fragte er Nala gerichtet, die neben ihm stand und bedauernd auf Blinky runtersah. »Schlecht, Sir. Hauselfe hat viel abbekommen, schwer verletzt. Wir haben getan, was in unserer Macht stand, wissen aber nicht, ob sie überlebt.« piepste Nala bedauernd. Harry betrübte es sehr. Blinky hatte für ihn und für die Schule, an der sie arbeitete, viel getan. »Ich hoffe, Blinky schafft es. Würde es euch stören, wenn ich am Moment hierbleibe?« fragte Harry freundlich und ließ sich bei der Zustimmung an Blinkys Lager nieder. Vorsichtig nahm er die dürre Hand in seine und ließ den Blick über den verwundeten Körper wandern. Überall Wunden und Schramm, sowie blaue Flecken. Auch das fehlende Ohr fiel deutlich auf. Es tat Harry so unendlich leid. Wenn er doch nur etwas für Blinky tun könnte. Für sie und all die anderen dort draußen. Er war kein Stratege, kein Kämpfer, kein Anführer, nicht begabt in Schwertkampf oder Karate. Das bisschen Selbstverteidigung, das er beherrschte, würde ihm in einem Krieg kaum weiterhelfen. Das Blöde an der ganzen Sache war, dass er sich irgendwie für all das verantwortlich fühlte. Er wollte Frieden in dieser ihm noch recht fremden Welt. Wie dumm der Gedanke doch war, dass gerade er, ein Chirurg, den Frieden bringen konnte. Das war anmaßend. Trotzdem, beide Seiten wollten ihn haben, sowohl Tom als auch dieser alte Dumbledore. War da nicht irgendwas dran? Hatte er irgendetwas, um den Krieg entscheidend zu beeinflussen? Sollte es etwa seine Magie sein? Nachdenklich hob Harry die freie Hand und besah sie sich. Er drehte sie mit dem Handrücken nach oben und nach unten. Sie alle hier beherrschten Magie, aber sie brauchten offensichtlich jeder einen Zauberstab und er selbst nicht. Er konnte einfach so seine Tricks, nein, seine Magie wirken. Er musste es sich einfach nur wünschen und mittlerweile fühlte es sich so natürlich, so einfach an, als wäre die Magie ein dritter Arm oder etwas ähnliches. Sein Blick huschte zu Blinky und zu ihrem blassen Gesicht. Langsam streckte er seine Hand nach ihrer Wange aus und fuhr zärtlich darüber. Er wollte so gerne etwas für sie tun. Ohne näher darüber nachzudenken, strich er über einen hässlichen Schnitt auf der Nase, der wie durch Zauberei verblasste, als wäre er nie da gewesen. Erstaunt hielt Harry inne, sah auf die makellose Stelle. Konnte er etwa doch etwas tun? Konzentriert ließ er weitere Narben und Wunden verschwinden und stoppte sogar die Blutung am Ohr, die den Verband bereits rot gefärbt hatte. Leise murmelte er etwas und spürte sofort tief in seinem Herzen, was Blinky noch alles fehlte. Es war nicht wenig, aber er wollte, dass dieses kleine Wesen überlebte. Als er endlich wieder die vor Konzentration geschlossenen Augen öffnete, schwindelte es ihm einen Moment. Er griff sich an den Kopf und vernahm neben sich trippelnde Schritte, sodass er zur Seite sah und die alte Elfe Creature entdeckte. »Warum tut ihr das für die Hauselfe?« fragte Creature mit knirschenden Zähnen. »Blinky hat mir mal sehr geholfen und ist ein Freund geworden. Ich kann nicht einfach nur rumsitzen und nichts machen, während Blinky leidet.« erklärte Harry freundlich, worauf Creature aber nur schnaubte, sich abwendete und verschwand. Diese Elfe war offensichtlich sehr misstrauisch, was Harry leise seufzen ließ. Dann aber erhob er sich und verließ den Raum, um zurück ins Wohnzimmer zu gehen. In der Küche hatte er beim Vorbeigehen die Zabinis gehört, sodass er ihnen ihre Ruhe ließ. Im Wohnzimmer traf er dagegen auf Tom, der Starr in die Flammen sah. Er wurde offensichtlich behandelt und trotzdem lag er nicht im Bett, was Harry bei manchen Patienten oft nicht verstand. Dennoch setzte er sich schweigsam neben Tom auf einen freien Sessel. Er spürte deutlich Toms kurzen Blick auf sich, schwieg aber. Das war sehr gefährlich, meinte Tom urplötzlich, sodass Harry leicht zusammenschreckte. Was genau? fragte er aber trotzdem. Die Befreiungsaktion, es hätte dich deinen Kopf kosten können und das alles für einen Mann, der von der ganzen Welt gesucht wird, meinte Tom ernst und endlich sah Harry zu ihm rüber. Wie bereits gesagt, ich kann ihren Weg nicht akzeptieren, aber ich glaube zu wissen, dass auch du dir nur Frieden wünschst, oder irre ich mich da? fragte Harry, der sich an den Brief von Cerveris erinnerte. Dieser dunkle Mann wünschte sich auf jeden Fall ein Ende von dem Krieg. Ein Ende, ja, nur können wir jetzt noch nicht sagen, wie dieses Ende aussehen wird. Weder Dumbledore noch ich oder das Ministerium werden je aufgeben, bis die jeweiligen Ziele verwirklicht wurden. Würdest du dafür sogar deinen Freund Mr. Snape opfern? verlangte Harry ernst zu wissen und bekam einen scharfen Blick. Auf nichts anderes wird es hinauslaufen. Menschen, die wir lieben, werden in dem Krieg ums Leben kommen. Meine Mutter wurde schwer verletzt, ihr Freund sogar lebensgefährlich und selbst Fenrir hat es erwischt. Ist es denn der Krieg wirklich wert? Opfer sind nicht immer vermeidbar, wenn es dem höheren Wohl dient. Das haben sie bisher alle gesagt und große Kriege veranstaltet. Eines haben sie allesamt gemeinsam. Sie haben tausende Menschen ausgelöscht und nicht wirklich etwas erreicht, außer noch mehr Hass. Wer Hass sät, wird ihn auch ernten. Gibt es denn keinen diplomatischen Weg? Wollte Harry aufgebracht wissen und ballte seine Hand. Diplomatie hat gleich zu Beginn versagt. Unsere Gegner wollen Lebewesen wie uns nicht bei sich haben. Sie dulden uns nicht. Uns? Dunkle Kreaturen und Schwarzmagier. Einen Moment schwieg Harry und sah in das Feuer, das leise vor sich hin knisterte. Jeder hat Recht auf ein sorgenfreies Leben. Du solltest es nochmal mit Diplomatie versuchen. Ich bin mir sicher, wenn sie sehen, wie ernst es dir ist und dass du bereit bist, auf den Krieg zu verzichten, dann werden sie dich anhören und dich verstehen. So einfach ist das leider nicht, so ehrenhaft dein Rat auch ist. Der Krieg wird nie enden, solange nicht eine Seite klein bei gibt. Wir lassen uns nicht unterdrücken oder gar ausrotten. Sie werden schon sehen, was sie davon haben, diesen Weg eingeschlagen zu haben. Antwortete Tom kühl, worauf Harry nur den Kopf schütteln konnte. Warum war Tom nur so unsagbar stur? Wieso waren Politiker und Anführer nur so blind für die Bedürfnisse anderer und weshalb wollte sich niemand die Schuld eingestehen? Gab es denn wirklich keinen friedvollen Weg? Er wollte geliebte Menschen nicht sterben sehen und dann waren da die ganzen unschuldigen Leute? Das ist dumm und nicht richtig, flüsterte Harry kopfschüttelnd und verließ das Wohnzimmer wieder, nur um zu Fenry zurückzukehren. Dieser war nur leider immer noch nicht bei Bewusstsein, was Harry etwas er nur machen. Er fühlte sich einfach verantwortlich, eine passende Lösung zu finden. Es war bereits Nacht, als sich ein Schatten durch die Flure schlich und das Wohnzimmer betrat. Leise ging die Gestalt auf den Kamin zu und griff sich ein wenig Flohpulver. Ich muss etwas unternehmen, flüsterte eine leise Stimme und im nächsten Moment war der Schatten verschwunden. Das Wohnzimmer lag erneut im Dunkeln da, während oben in einem der Zimmer ein Zettel auf einem Kopfkissen lag. Schatten 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 schatten